Hallo ihr Lieben, ich bin Meli und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein neues 5 Minuten Fitness Workout für euch und zwar mit dem Fokus auf die Körpermitte. Wir wollen was für unsere Bauchmuskulatur tun, unseren Korps stärken und da habe ich mir wieder 10 knackige Übungen an 30 Sekunden für euch ausgedacht. Es gilt wieder durchpowern ohne Pause und ja, wiederhole diese Sequenz gerne 2-3 Mal für noch intensiveres Bauchworkout und da würde ich sagen, lasst uns beginnen. Das geht los auf 5, 4, 3, 2, 1. In and out. Stell die Hände unter deine Schultern, heb die Beine und zieh die Knie zu dir ran und wieder weg. Immer schön beugen und strecken, den Bauch dabei festmachen, der Nabel zieht ran. Wenn du mehr willst, heb die Hände, zieh die Arme lang nach oben über den Kopf, Handflächen schauen sich an. Aktive Körpermitte, entspann die Schultern. Sehr gut. Noch für 5, 4, 3, 2, 1. Und dann komm in die Rückenlage. Wir machen weiter mit den Crunches. Roll zurück und richte dich wieder auf. Lass dich von deinen Händen nach oben ziehen. Sehr gut. Stell dir vor, du hebst den Ball nach oben und wenn du magst, hebe abwechselnd ein Bein und berühre deine Zehenspitzen, Toe-Tap. Du musst dann höher kommen und dein Bauch muss viel stärker arbeiten. Behalte deine Geschwindigkeit, bleib dran. 5, 4, 3, 2, 1. Weiter geht's mit den Scissors, den Beinscheren. Zieh deine Beine dafür abwechselnd zu dir ran und versuche die Beine möglichst gestreckt zu halten. Die Ferse berührt den Boden nicht. Wenn du mehr willst, dann nimm deine Arme mit dazu und zieh deine Hände immer zur Seite des geneigten Beines. Ganz genau. Bleib dran. Vergesse nicht zu atmen. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Nächste Übung. Reverse Crunches. Bring dein Becken immer nach oben und wieder zurück. Auch hier wirklich kraftvolle, kontrollierte Bewegungen. Hol dir die Stärke aus deinem Zentrum. Wenn du mehr willst, lass deine Beine dabei gestreckt für mehr Intensität. Hier wirklich alles reingeben. Bleib dran. Bleib stark. 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Und dann roll von hier aus nach oben auf. Komme direkt in den Side Plank auf der rechten Seite. Zieh deinen linken Arm nach oben. Rechter Unterarm befindet sich auf der Matte. Schulter über dem Ellenbogen ausgerichtet. Bleibe hier. Schieb dein Becken aktiv nach oben. Oder wenn du mehr willst, beginn dein Becken immer nach unten zu senken und wieder zu heben. Bring so ein bisschen Dynamik rein. Wir fordern die seitlichen Bauchmuskeln. Und dann mache ich richtig heraus. Ich weiß, es brennt, aber es ist intensiv und effektiv. Letzten 2 Sekunden. Und dann wechsel auf die andere Seite. Auf den linken Unterarm. Der rechte Arm zieht nach oben. Füße gestapelt. Entweder einfach nur hier halten. Die Körpermitte festmachen. Becken aktiv nach oben schicken. Oder wenn du mehr willst, auch hier einfach dein Becken nach unten senken. Und wieder nach oben rausheben. Genau. Spür hier richtig, wie deine seitliche Bauchmuskulatur arbeitet. Noch für 4, 3, 2, 1. Dann komme direkt in die Plankposition in den klassischen Unterarmstütz. Mach den gesamten Körper fest wie ein Brett. Und bleibe entweder hier oder für mehr Intensität. Beginne mit dem Spider Plank und ziehe die Knie abwechselnd zu den Ellenbogen ran. Gib hier ruhig so ein bisschen Geschwindigkeit rein. Genau. Wir wollen hier wirklich aus der Komfortzone ausbrechen. Wir wollen dahin, wo es ein bisschen wehtut, wo ein bisschen unangenehm wird. 4, 3, 2, 1. Und dann komm in Bauchlage. Und wir machen weiter mit dem Superman. Strecke die Arme, strecke die Beine. Lass den Kopf ganz lang. Kopf nicht nach hinten werfen. Und entweder hier halten oder beginne zu paddeln. Also bewege die Arme und Beine in paddelnden Bewegungen nach oben und unten. Lass deinen Kiefer dabei los und entspann die Stirn. Halte deine Geschwindigkeit. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann komm in Rückenlage in die Banana bzw. in die Hollow-Position. Arme lang machen, Beine lang machen, alles fest. Und dann bleibe entweder hier oder beginne zu pendeln von vorne nach hinten. Aber der Körper verändert sich nicht. Alles ist ganz, ganz, ganz fest. Deine Beine bleiben, wo sie sind. Die Arme auch. Noch 10 Sekunden. Einfach weitermachen. Zieh den Nabel ran. Mach den Bauch fest. 5 Sekunden. 3, 2, 1. Und die letzte Übung Russian Twist. Komm in den Sitz. Beine gebeugt, Füße in der Luft. Und bring deine Hände von links nach rechts. Finger berühren den Boden. Und jetzt gib hier nochmal alles rein, was du hast. Komm schon. Sei so schnell, wie du kannst und noch ein bisschen schneller. Und wenn du noch mehr willst, dann streck deine Beine. Aber werde dabei nicht rund im Rücken. Genau. Komm schon. Gib alles rein, was du hast. Du hast es gleich geschafft. 5, 4, 3, 2, 1. Und auflösen. Wunderbar. Ja, das waren 5 intensive Minuten. Entweder mach die ganze Routine noch ein zweites oder drittes Mal. Oder, wenn du magst, hier für ein aktives, kurzes Stretching. Komm in den Schneidersitz. Und für Katze, Kuh im Sitzen. Komm mit der Einatmung ins Hohlkreuz. Und mit der Ausatmung mach dich ganz, ganz rund. Zieh den Nabel ran. Mit der Einatmung wieder öffnen. Brustkorb nach vorn und oben ziehen. Und ausatmung. Katzenbuckel, Nabel ran. Mach das so ein paar Mal in deinem eigenen Tempo. Mit der Einatmung öffne dich. Spür die Weite. Und mit der Ausatmung mach dich wieder ganz, ganz rund. Sehr gut. Ganz genüsslich. Die Wirbelsäule nochmal so ein bisschen mobilisieren. Und für den Side-Stretch hebt mit der Einatmung den rechten Arm. Und mit der Ausatmung zieh den rechten Arm lang rüber zur linken Seite. Wir wollen die rechte Flanke, die rechte Körperhälfte nochmal dehnen, in die Länge ziehen. Lass deine Schultern beide entspannt. Und beide Sitzbeinhöcke am Boden verankert. Dann wechsel die Seiten, zieh den linken Arm rüber zur linken Seite, rechte Hand am Boden. Und dann spür die Dehnung in deiner linken Körperhälfte. Beide Schultern wieder entspannen. Tief ein und ausatmen. Und dann dreh dich einmal zur rechten Seite auf, linke Hand auf rechtes Knie. Andere Seite nach links. Und von hier aus komm in die Cobra-Position, also in Bauchlage. Hände unter die Schultern und dann heb dich nach oben, öffne dich, zieh die Schultern zurück. Schultern auch weg von den Ohren, schön nach unten ziehen. Die haben hier oben gar nichts zu suchen. Wenn du mehr willst, dann heb deine Knie auch noch für den aufschauenden Hund. Und dann spür schön diese Dehnung in deiner Bauchdecke. Wunderbar. Von hier aus schieb dich in die Haltung des Kindes. Spür nochmal die Länge in deinen beiden Seiten, links und rechts, der Flanken. Tief ein und ausatmen. Und dann von hier aus roll nach oben auf. Geschafft! Tief ein und ausatmen. Bis zum nächsten Mal.